Es war einmal eine Stadt mit Namen Arcus. Einst ein prächtiger, zufriedener Ort. Guten Morgen, Menschen aus Arcus! Tretet näher! Tretet näher! Schaut euch nicht und schaut mit an, was euch die Zauberer der Stadt Neues darzubieten haben! Noch seit 1000 Jahren herrschte Schia. Ich brauche, das reizte mich. Mit ihrer Krone konnte sie die Menschen versteinern und verbreitete so Angst und Schrecken. Nehmt euch in Acht vor der bösen Königin oder euer Schicksal könnte dasselbe sein. Und einmal im Jahr ließ sie sich die wertvollsten Werke überreichen. Willkommen zur Schenkung. Aber allmählich wurde es Zeit für ein Abenteuer. Die lieben mir! Niemand! Wie, du bist auserwählt, Arcus zu retten. Nur du kannst zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Drei Hindernisse wirst du überwinden müssen. Das schönste Kleid, die größte Zuckerstange und den wertvollsten Schmuck musst du besitzen. Eine Geschichte von Gut und Böse. Von Liebe und Verzweiflung. Von Angst. Oh Gott! Und Hoffnung. Ein Märchenfilm für die ganze Familie. Die Krone von Arcus. Untertitelung für die Grünen.